Wann ist jemand voll geschäftsfähig? Fähig. Wann ist jemand voll geschäftsfähig? F-E-H-I-G. Wann ist jemand voll geschäftsfähig? Und die juristische Formulierung lautet jetzt, ein Mensch, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Das Problem ist, das verstehen viele nicht. Wenn man also fragt, wie alt ist denn jemand, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, dann kriegt man die verrücktesten Antworten. Deswegen möchte ich das mal erklären. Ein Mensch wird geboren. In den ersten Tagen und Wochen seines Lebens wird dieser Mensch vor allem schlafen und schreien und schlafen und schreien. Also der Mensch schläft und schreit und schläft, also das Baby schläft und schreit und schläft und schreit und schläft und schreit. So, macht das Baby das ein Jahr lang? Es hat sein erstes Lebensjahr vollendet. Wie alt ist das Baby? Ein Jahr alt. So, jetzt rechnen Sie das fort. Es geht also weiter in dem Leben. Irgendwann kommt der Tag, da hat dieser Mensch, der inzwischen größer geworden ist, das 18. Lebensjahr vollendet. Ist also 18 Jahre alt geworden. Wann ist jemand voll geschäftsfähig? Wenn er 18 Jahre oder älter ist? Oder größer gleich 18. Ja, so könnte man es mathematisch noch ausdrücken. Ich hoffe, ich habe das jetzt klar gemacht, was das bedeutet. Ein Mensch, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist jemand, der ist gerade 18 geworden. Da hat er gerade das 18. Lebensjahr vollendet an seinem Geburtstag und ist damit 18 Jahre alt. Und wenn er dann hier weiter älter wird, dann ist er natürlich auch voll geschäftsfähig. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.